Dieser Typ sucht dringend einen Job. Sie kommen fünf Minuten zu spät. Gibt es einen Grund, warum ich Sie noch reinlassen sollte? Ich will nur die Bullen loswerden. Und bekommt... Freut mich, Sie kennenzulernen. ...einen knallharten Boss. Hoppla. Anwalt zu sein ist wie Arzt zu sein. Man drückt so lange, bis es weh tut. Dann weiß man, wo man hinsehen muss. Das Genie. Ich lese gar nicht. Wenn ich was gelesen habe, dann verstehe ich es. Und wenn ich es verstehe, vergesse ich es nicht. Und der abgebrüllte Playboy. Sie sind ein Abbild von mir, also schaffen Sie Ihre schmale Krawatte aus meinem Gesichtsfeld und machen Sie sich an die Arbeit. Wer hat das Zeug zum besten Anwalt? Ihr erster Fall. Sie sind hübsch. Gut, Sie haben mich angegraben. Dann kann ich Ihnen gleich mitteilen, dass ich nicht interessiert bin. Ich lebe dich. Wie läuft es mit dem Neuen? Rappenschau. Wieso haben Sie ein Büro und ich nur einen Schuhkarton? Gehen Sie es zu. Sie haben gelächelt, als ich heute Morgen zur Arbeit gekommen bin. Wirklich? Suits, die neue Top-Serie. Ab 7. Januar, ab 21 Uhr. Es ist, die passar Schafe.